hallo und herzlich willkommen zurück bei schneller als das licht hier spricht cafetil maru und die komitierstimme wird ausgeschaltet also heute ist dran typ b des federation cruisers sieht ein bisschen seltsam aus hat eine scheiß bewaffnung und scheiß leute also der gefällt mir überhaupt nicht kann ich direkt sagen will smith an der steuerung guck wie weit wir kommen tut vielleicht leid wenn es ein bisschen spaßlos klingt oder so was das schiff das mag ich einfach nicht da wollen sie abhauen und schießen mit ihren lasern und haben ultra laser haben wir sind so zerstört und boots Elvescrap, na Wahnsinn, das hat sich ja gelohnt. Ich hasse diese... Und das war's mit der Waffe, die wir kurz vorhin freigeschalten haben. So, ersticken wollen wir ja auch nicht, alternieren hier das Feuer zwischen den beiden, na wollen wir gar nicht mehr. Schnell raus hier. So, Power an. Da unten ist er. Die Schnecke kommt auch mal dazu. So, kurz die Plätze wechseln. Die brauchen wir nicht, die haben nicht so gute Raketen. Der Stärke der Schnecken ist, dass man die Leute auf dem gegnerischen Schiff sehen kann. Die Schwäche von dem Schiff ist, dass man keine gute Waffe bekommen hat. Gut, der Beam ist natürlich mächtig gewaltig, aber die nicht. Machen wir hier unseren Antriebsstart. Erstmal schön die Schilder ausgeschalten. Erstmal schön daneben geschossen, um mich dazu zu zwingen, meine ganzen Raketen rauszubomben. Dann gibt's ja gar nichts hier. Das Schiff schiebt noch keinen guten um und das gefällt mir nicht. Was für ein Zufall. Dann kommen wir jetzt mal die Waffen weg. Boah, ey, die sind ja alle so krass bewaffnet. Letzte Rakete. Letzte Rakete. Ähm. Hilft man löschen. Anscheinend kommt die Asteroid hier nicht so aggressiv rein, dass wir Gefahr laufen, betroffen zu werden. Deswegen können wir das kurz leisten. Ja, das war's mit unserer super starken Einschadenrakete, für die wir auch voll hammer viel Munition bekommen haben. Jetzt schießt die Sklaven frei. Okay, da kommt eh nur ein schwerer Laser hier. Apropos, da kommt eh nur ein schwerer Laser hier, dann brauche ich auch nicht die Laser kaputt zu schießen. Das ist eine Repair-Drohne. Das war meine Repair-Drohne. So, gebt mir jetzt einen Sklaven oder ihr seid tot. Ja. War's. Geht direkt an die Engines. Denen können wir noch helfen. Irgendwo brennt's, aber nicht bei uns. Charly. Ein Engie. Interessanter sei, dass ich das jetzt letztens gerade erst bei jemandem gesehen habe. Der hieß auch Charly. Ach, war kein Engie. Das war ein Rock. Aber der Sultan ist ja nicht recht gut dabei. Aber du reparierst hier immer schön. Nehmen wir den noch mit. Immer gut. Ja, klopp dich dann nur rum. So, ihr geht's da raus. Du gehst rein. Nein. Da gehst du zuerst rein. Und du klopst dich mit ihm. So. Piu-piu. Der Harber-Beam, ey. Ne, der Artillerie-Beam. Mächtige Waffe. Mächtig, mächtig. So, die Gefahr ist mal ausgeschalten. Ne, der ist ja noch mal. Ich kann nicht. Allen hat schon fast... ...was Gutes gemacht. Auto-Assault. So, jetzt gucken wir was wir abgräten können. Zwar mal die Schilder ist essentiell. So, wir haben den Soltan Sektor, hmm, das ist ne schöne Route, Vieh im Nebel verdümpeln, hmm, das Burstlaser, ja, gefährlich, gefährlich. Ah, der Atelierbühne regelt das sowieso gleich, muss nur zuschauen wie er auflädt, volle Power und total schief geschossen. Ja, der Atelierbühne regelt das sowieso schon von einem im Nebel ist das? So, die brauchen Hilfe, sollen sie doch auch erst mal willkommen. Tja, wenn er weg ist, dann nehme ich das gerne mit, also, wenn wir eh wieder auf unsere Artillerie-Babben warten, aber ein Leto in die Waffensysteme, äh, in die Schilde ist schon okay, dann macht nämlich schon, ach, der Asteroid den Rest für uns. So, raus hier, oh ja, ich glaube, genau, nee, wir rumspringen ein bisschen. Ja, ist klar. Oh, zwei Leute. Kann hier überhaupt was anbrennen? Na ja, der Asteroid macht das gleich wieder. Natürlich nicht, weil es ein Rockschiff ist, sondern einfach mal resistet. So, abreden wir die einmal. Und den. So. Da kommt langsam die Flotte reingedümpelt. Easy, nicht pünktlich. Hast du in den Soltan da hingerafft? Scheiße. Der Monolith war immer so nett zu mir und jetzt ist er so böse. So, durch das Stingen da kann ich mir den Letrus nicht anwenden, aber muss ich gar nicht. Ist ja eh keine Gefahr durch ihn. Das macht der Artilleriebürochen ganz alleine kaputt. So, nehmen wir noch die Luft weg. So, die Leute auszurotten, anstatt sie abzuschießen. Ach, für die ganze Map. Eigentlich ist es nur, warte darauf, dass der Artilibium schießt. Spiel. Ich fühle mich so unsicher, wenn das Ding nicht Power hat. Dann vergesse ich das und dann sind alle tot. Ja, hier fängt es an. Oh ja. Reparier erstmal die Station, die dich retten soll. Ist hier in der Wand? Wieder benutzbar geworden. Er repariert einfach, dass er eine Schädelkacken dreist. Aber wie hat das Schiff, äh, fällt mir gerade durchgegeben wie die Splades-Schiffe. Da fehlt einfach irgendwas. Ja. Oh, ja. Wie gut finde ich, was wir da sind. First Laser. Mark 3 ist los. Ja. Ja, da staunt ihr was. Die helle Bar hat auch noch mal reingehauen, ich nehm immer Harald Beamer, der so cool klingt. Das ist sehr günstig. Die kostet uns 65, okay. Ah, der kann hier sogar schon mit Skill kaufen, das wäre natürlich eine interessante Sache. So, das Schiff wieder ganz und wir verschwinden von hier. Oder auch nicht. Das lebt lang genug bis der Artilleriebeben schießt. Super Feuer. Bringt voll in eine Raumstation, wo keine Luft ist. Da kommt endlich mit der Schilde durch. Pegasus-Rakete. Jetzt seht euch mal die Ladezeiten gegenüber der Pegasus-Rakete an. Allerdings ist die auch mächtig. Was den Schaden angeht. Hmm. Na, Rockwelten sind nervig. Rock haben viele Raketen. Sollte man dann vermeiden, wenn man das Rockschiff nicht braucht. So. Komm, sag mal da raus. Lass dir ihren Spaß haben. So kümmern sich darum. So. So. Muss der Engine direkt ran. So. 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 Philipp Banks. So. Dann könnt ihr rein. Hmm. Wir werden sowieso sterben. Kann ich auch ein bisschen mehr rausreißen. Will Smith. Und Dr. Bass. Hm, ich kann hier eine Energie rausziehen und hier und stattdessen die anmachen. So, jetzt war das Atelierbeam und das Pegasus Waffensystem. Oh, dann kümmere ich mich doch lieber um die Drohne. Machen unsere Türen nicht kaputt. Oh, der Atelierbeam riecht jetzt gleich. Kaputt. Oh, da hängt man die Atelierbeam nicht vor. So, da in den Nebel. Dann Doppelrakete auf die Schilde. Das meine ich mit den bösen Viechern. Aber das ist auch die große Schwäche dieses Schiffes. Ich komm durch Schill nicht durch und ich hab nur 4 Raketen. Hm, na gut. So. Bisschen dünne Luft da drin, aber das kältst ja schon aus. Jetzt könnte ich wenigstens den Derschen aufladen. Der kann schon feuern. Hat der ne Fünffachlaser drin? Ernsthaft? Oh Gott. Ah, nenn der richtet's... Nein. Oder nicht? Total schief geschossen. Naja. Kann ich das schaffen? Auf jeden Fall mit der Waffe. Schöne Bremse. Super. Auch noch. Das schaffst du, komm. Nein, das schaffst du nicht. So, du bist erfolgreicher Reparateur. Du gehst schon mal da hoch. Kurz Sauerstoff nachfüllen lassen. Ja, ihr seht ja, wie es abgeht hier. Ah, bis zum Ausgang. Und das Schiff verabschiedet sich. Danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seht beim nächsten Schiff wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.